Jo, begrüßt euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 6.3.2024. Filmchen kommt aber auch erst morgen raus. Oder während der Nacht. Der Beitrag hier geht relativ lange, ist aber auch wirklich sausaugut. Also das ist jetzt hier das Highlight, aber Film geht ja auch eine gute Stunde. Das heißt, es gibt natürlich dann auch noch viel mehr Infos. Und so weiter und so fort anzuschauen bei VK, Bitshoot, Odyssee, getraillert bei Rampel und dreimal YouTube. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.